Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. So, wir sind jetzt mal wieder auf dem Weg zu Dutch, denn er ist aktuell der Einzige, der eine Mission für uns hat. In der letzten Folge haben wir da schon mal ein bisschen zugehört, das klang nach einer etwas größeren Mission. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was er so vorhat. Und die Polizei, es ist eine Stadt, es sind die Polizei, aber wie wir wissen, die Patrolen werden alle hier gehen, wenn Abigail und ich die Diversion. Das ist die Möglichkeit. Was denkst du, Arthur? Ich sehe nicht, dass wir eine große Wahl haben. Wenn wir hier liegen, wir wissen, dass wir sterben sind. Aber der Plan? Wir haben eine gute Idee. Wir wissen, wie zu kämpfen. Die Stadt nicht so schwer sind, so lange wir schnell gehen. Ich denke, wir machen es in der Zeit, mit einer Verstärkung. Das ist was Jose ist. Es ist als gut ein Plan als jeder. Ich denke, ich glaube, ich glaube. Wir machen es heute Abend. Es ist die Drammung von einfach zu kommen. Wir können nicht so lange machen. Wir können uns ausführen. Ich weiß, ich bin nur sicher. Every Plan ist ein guter Plan, wenn wir es gut machen. Every Problem wir hatten war, weil wir nicht gut machen. Even Blackwater, von meinem Verständnis. Du bist richtig. 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 Du hast alles, Arthur? Ja. Du bist richtig. Also, wir haben uns eine Bank. Und in sechs Wochen, wir leben in einem Tropical Idol. Wir leben in den letzten Tagen als Bananen-Farmer. Lass uns aus diesem Gott versammelten Ort und gehen wir uns selbst eine Bank! Und so wie es klingt, bleiben wir dann anscheinend nicht hier, oder? Ja. 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 Was passiert mit dir, John? Du hast all dein Herz verloren. Ich versuche nur zu bleiben, um alles zu bleiben. Ich versuche nur zu bleiben, um alles zu bleiben. Wirklich? Oh, wie ich das Wort verliebte. Ich versuche das Wort. Ich versuche das zu sein. Wie schnell sind wir raus? Ich versuche das zu bleiben. Als schnell wir eine Passage organisiert haben. Ein Boot nach in Argentinien. Und eine andere, um die Gründe. Was ist das Geld in Blackwater? Wir werden das einfach verlassen? Lass das. Es ist weg. Sie sprechen nicht so, wie es das einzige Geld in der Welt ist. Wir werden das und mehr nehmen. Das von den Menschen, die von uns nehmen. Das ist nicht eine gewisse Stadt-100 Dollar-Operation. Das ist eine große Bank der Stadt. Das ist eine große Bank. Genau. Mit Sicherheit? Garten? Polizei? Polizei? Hosea hat seine Erinnerung gemacht. Wir sind über das. Der Plan. Eine letzte Mal. Hosea und Abigail schreien die Polizei. Wir gehen ruhig und schnell. John und Lenny schreien die Fronten. Javier nimmt die Seite. Bill, Micah und Charles kontrollieren die Leute. Ich und Arthur. Die Bankmanagerin und die Vault. Entstanden? 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 Schmodig. Entstanden? 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 15 Minuten oder weniger. Seher sich bedeutet bei cone 30kmh. Auf�데 ein Problem? Gehen wir zurück ins Camp. Wir werden in ein paar Tagen verlassen. Du bist gut, Bill? Natürlich. Dann fuhren wir mit Charles. Wir wollen nicht sehen, wie ein paar Posse aus dem Landverlust. Das ist es, Cowboys! Eine weitere Zeit! Aha, einmal noch. Let's fahren! Na, endlich beeilen wir uns mal ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht wirklich eine Viertelstunde warten müssen, bis wir den Überfall starten können. Okay, wir scheinen es zu überspringen. Sehr gut. There's Bill. Let's hitch up here. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this, they stole what this country could have been. Stay cool, fellas. Pack natural. Wait for Hosea to do his thing. Hm. This, this is a better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Okay, dann warten wir mal ab. Ha, 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 ha. Ich liebe das, Hosea. Er ist ein wahrer Artikel. Ja, polizei macht sich auf den Weg. Sehr gut. Und wir uns auch. Maske aufsetzen, jawoll. Gentlemen, let's go. Ladies and gentlemen, this is a holdup. Don't do nothing stupid. Who do you think you are? Na komm, rein da, rein da, rein da. Wer bist du? Bist du der Bankdirektor? Okay, now then. Arthur, would you please have a senior bank manager here open up the hall? Aha, I have some blick. Na komm. Sehr schön. Er tritt den Ressortraum. Also, rein da. Hm. Okay, ich... Na komm, ich dreh doch. Na komm, äh, ein bisschen weiter noch. Jawoll. 77. Na. Na komm, nochmal. Mal. Irgendwie hat das gerade... Da war ich ein bisschen zu schnell, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Alright, should be one more number. Last number. Come on. 54. 54. Da komm, ach man, da war ich schon wieder zu schnell. Komm, drehen wir nochmal. Okay, 54 ist der Nummer. Ja, ich arbeite an dem. Well, well, well. Would you look at that? Sehr gut. Alles mitnehmen. Ja, hier. No problem. Let's go. Let's go. Schau, okay. Na zepa. I think we got a problem out here. Come out. It's over. Shit. Abigail. Dutch, get out here. Get out here now. Someone must've squealed. Never should've gone after Bronte, Dutch. Mister Milton? Let my friends go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mister Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Hello. Okay, off geht's. Come on, dude, da oben, hä? Na, jetzt kann ich da nicht durchschießen. Zack. Ah ja, ich bin die ganze Zeit dabei. Zack. Komm. Komm rüber da Arthur, meine Güte. Loch in die Wand sprengen. In welche Wand denn? Die da? Lieber das Dynamit auf. Wo ist denn das Dynamit jetzt schon wieder? Aufheben. So. Und platzieren. Können sie das vielleicht auch noch anzünden? Ach so. Dann schießen wir einfach drauf. Ja, ich bin auf dem Weg. Na komm, Arthur, bewegt dich. So, haben wir da genau das. Möchtest du, Leute? Ja, ja. Komm, hopp, hopp, hopp. Komm, weiter. Komm, weiter. Das kann er. Da rein. Zack. Ja, ja. Komm. Oh mein Gott. Wo ist alle? Was ist da drin? Wir haben Kontrolle des Banken. Ja, wir können ihn nicht mehr holen. Okay. Irgendwann haben die keine Leute mehr. Oh Gott. Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Na komm, den da wollen. Na gut, dann. Stirb der jetzt vielleicht mal. So. Warum? Arthur, warum visierst du die ganze Zeit irgendwelche anderen an? So. Zack. Sehr schön. Nicht immer auf das Auto eben verlassen. Okay, haben wir's. We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well we better go, we'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, so if you'll cover it. Sure. Sure. Go on. Okay. Fuck Lenny. Ich bin unterwegs. Fuck. Lenny, er ist... Er ist tot. Oh Gott, nein! Es gibt nichts, was wir tun können. Wir müssen weitergehen. Oh nein. Das ist halt die Frage, hätten wir das verhindern können? Okay, komm. Arthur, lauf. Ja, ja. Ich bin noch unterwegs. Aufmerksamkeit. Es gibt noch mehr Lager hier. Find diese Menschen. Alle von euch, find diese Menschen. Du, hast du nichts gesehen? Nein, nicht. Find sie. Find sie. Find sie. Einfach weg, 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 weg. Es sieht aus, wie sie hier viel patrolen. Arthur! Arthur! Wir können hier rein kommen. Ja, ich würde sehr gerne. Ich glaube nicht. Sie wussten, dass wir kommen. Nur wie dein Ferry-Job und Blackwater. Es gibt nichts davon. Was jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Diese ganze Stadt ist voll mit einem Schäuern. Wie lange werden wir hier bleiben? Ein paar Stunden? Wir gehen nach dem Camp? Sie werden alle letzte von uns. Ich weiß, dass sie die Straße sehen. Ich habe es. Ein Boot. Was bedeutet das? Wir bleiben hier bis die Nacht. Dann gehen wir nach den Docken. Wir werden uns hier raus. Ja. Woher? Ein Ort wird es. Das ist alles. Ich habe es. Wir gehen. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir kommen nach dem Rest. In ein paar Wochen. Ich denke, dass es das ist. Wir sterben jetzt. Genau. Wir bleiben. 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 Bleibt geduckt, Arthur. Es sieht aus wie sie haben. Wir gehen über den Trainern, Arthur. Kommt. Rest auf dich. Folle dich, wenn es klar ist. Und rein da. jemand kommt. Naja. Naja. Tue ich ja. So. Jetzt bitte. Ich verstehe einfach nicht, warum er nicht einfach weitergeht. weitergeht. So. Und ich verstecke mich hinterm Sitz. Jetzt erzähl mir nicht, dass es der falsche Sitz ist. Hey. Ich habe schon die Trainern gepflegt. Du hast es gemacht. Nicht mehr als eine Karte Zeit. Bist du sicher? sicher. Okay. Und jetzt? Okay. Wir folgen einfach mal weiter. Shit. Stopp, Arthur. Oh, damn it. Okay. We're never gonna get past these fellas. Arthur. Head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise. Whistle or something. Mhm. So. Okay. Huh. Wo ist das? Okay. Okay. Müssen wir halt schauen, dass wir genau außerhalb von deren Sichtbereich bleiben. Da sind die jetzt. Okay. Folge Dutch schreiben sie. Folge Dutch schreiben sie. Ich werde mal wieder für Dutch aufschließen. Oh, wo ist denn? Na komm. Lauf. So. Da sind wir. Okay. We've wasted enough time on these fools. Spencer said. See them? Sure. What do you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well. They ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So. When they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said? Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy. Hey, stop. Stop, stop. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Yo. Arthur, move on. Arthur, move on. Come on, come on, come on. Where are we here? Anscheinend. I have Dutch verloren. Dutch? There is Dutch. What now? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John. Lenny. Jose. That wasn't good. I don't know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey. Who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Oh, man. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchman. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip a shore in northern Cuba in a couple of days. That's so, apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our families. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is Don and Dustin. Let's hope so. I ain't no sailor, but, uh... That cloud look like good news to you. Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat! You come on! Huh? 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 We shall get a move! Huh? Come on, you sleepy bastard! Hey, you're going ahead. I'll be right behind you. Huh? 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 Jesus! Huh? 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 Dad! Okay, aufstehen. Puh, haben wir es gerade so nochmal geschafft, hä? Woher bin ich denn? Hm, ich denke wir werden es herausfinden. Oder Arthur fantasiert, das kann natürlich auch sein. Was ist denn sonst anscheinend niemand da gerade, hä? Hm. Okay, komm, weiter geht's. Genau, wir wollen da lang. So, komm, komm, komm. Äh, sehen tue ich da auch niemanden? Ah, aber ich habe so einen, ah, noch so einen kleinen Verdacht, wo wir eventuell sind. Da gibt's auch noch so eine Insel auf der Karte. Ich kann natürlich sein, dass das dann jetzt hier diese Insel ist. Die Frage ist nur, was ist jetzt unser Ziel? Wo wollen wir hin? Das ist hier gerade die große Frage. Ja. 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 Ja, da ist unser Ziel. Ja, dann ist mal der Ziel. So, dann schauen wir doch mal eben kurz auf die Karte. Okay, also das ist... Ah ja. Das ist jetzt noch ein völlig anderer Teil, den man vermutlich nur in diesem Kapitel spielen kann. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und schauen wir mal morgen in der nächsten Folge, wie das Ganze hier weitergeht. Leute, ich bedanke mich dann jetzt erstmal wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao!